Der Hüter ist gleich auch weg. So, und jetzt kümmern wir uns zusätzlich um diese verdammten Langbogenschützen, die nämlich richtig nerven. Ach, da ist der Ausmeerzer stehen geblieben. Ich weiß nicht genau, was der für Fähigkeiten hat. Beim Heilen gestorben. Dieser arme Mensch. Blutrüstung. Die droppen echt gutes Zeug. Drittes Bruchstück. Ich hatte schon mit dem zweiten Bruchstück jetzt Probleme. Und jetzt kommt noch das dritte. Ich kann noch ein paar Kriegspriester machen. Das war scheinbar einfach nur so ein Zauberer. Warum man dafür jetzt gleich eine neue Stufe, also einen neuen Skelettgegnertyp machen muss, weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir das dritte Bruchstück. 41 Minuten ist es jetzt schon. Ja, das funktioniert. Das funktioniert noch. Das machen wir jetzt noch fertig. Ich kann jetzt zwar keine Verteidiger mehr bauen. Aber was soll's. Und los. Ah, tut weg. Da bist du ja wieder, du kleiner Quillgeist. Sofort. Blonde. 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 Schon interessant, wie lange diese Spellfossiltspace werden, ich meine. Wir sind jetzt schon Video 55 oder sowas. Und immer noch nicht wirklich weit. Drittes Teilstück. Die Luft beginnt zu vibrieren. Grausamer. Boah. Das wird nichts. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das... Moment mal. Ich bin ja jetzt ganz böse. Ich probiere mal was aus. Wenn das funktioniert, dann lache ich. Das wäre echt cool. Versuchen wir mal mit den Verteidigern so ein bisschen hier von oben zu Pisa. Wenn wir einzelne anlocken können und die dann raussnipen, dann haben wir vielleicht eine Chance. Aber ansonsten, das sind zu viele Auslöscher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Auslöscher und drei grausame. Und dann noch ein Hüter des vierten Fragments auf Stufe 32. Oder 23. Wie auch immer. Beides schrittlich. Beides schrittlich wieder kämpfen. Wo ist der Feind? Die kommen tatsächlich an. Auf geht's. Der Auslöscher bleibt. Die kommen doch jetzt nicht den ganzen Weg, oder? Ne. Die sind... Geil. Die sind verwirrt. Auf geht's. Marschieren los. Schießen. Wir stellen die jetzt einfach mal hier ran und machen halten. Zu allem entschlossen. Kampf mit festem Schritt voran. Greifen die dann eigentlich an? Mit festem Schritt voran. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Das ist eine Falle. Nur zu. Wo? Die wehren sich ja. Nunhahn. Unverzüglich. Geht es los? Kampf mit festem Schritt voran. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Und los. Die Rune befiehlt. Vorwärts. No. Zur Ehre Aoniers. Das ist dein Hinterhalt. Lass sie nur kommen. Auf den Auslöscher. Die Rune befiehlt. Sie sind überall. Halten. Stimmt. 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 Stimmt nicht. Stimmt. 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 Oh Gott. Stimmt. 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 Auf den Grausamen. Auf den Grausamen. Grausamer. Ihr merkt schon. Ich habe wirklich nicht die geringste Chance. Ich krieg dir nicht dauernd. Wahrscheinlich aber auch wegen dieses Pfeilers hier. Schieß mal eben auf den. Bitte. Schieß mal eben auf den. Wie viele sind das? Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Ich stehe in ihrer Mitte. Lasst mich hier raus. Lasst mich hier raus. Okay. Sie scheinen etwas verwirrt. Das ist gut. Die Skalette sind verwirrt. Das können wir zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich meine wir haben keine Ressourcen mehr. Who the fuck cares? Ich hätte es nicht sagen. Ne. Startmenü. Ja. Ich würde sagen. Was ist das hier? Wir sind zwar eine Stufe dadurch aufgestiegen. Aber das kriegen wir auch anders hin. Die müssen ein anderes Mal besiegt werden. Das wird jetzt nichts. Ich würde sagen. Im nächsten Video werden wir uns dann nach Fastholme begeben und gucken, ob wir da irgendwas gegen Feuer kriegen. Feuerfeste Handschuhe. Feuerfeste. Keine Ahnung. Ponchos oder sowas. Ich meine es gibt Regenjacken. Warum soll es keine Feuerjacken geben? Gut. Halte die On steif. Und bis zum nächsten Mal.